hallo und willkommen zurück zu Far Cry Brimel. Ja, ich würde sagen, wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Ich denke mal auch, wir werden uns langsam schon ziemlich den Ende nähern, weil wir sind ja schon in dem letzten Gebiet drin. Wir sollen ja hier diese Höhle finden da, genau die da hinten ist. Finde Uelz Höhle. Uelz oder wie man nur aussprechen mag, dann soll ich dort. Ist ja scheißegal. Aber ich denke mal, das wird so mit der letzten so sein. Also es wird jetzt womit so das letzte werden, was jetzt hier so passiert. Oh Gott. Mietze Katze, warum rennst du weg? Hast du Angst vor dem oder so? Ich mein, der rennt ja bloß vor dir weg. Was sollst du denn nicht vor... Ja, warte mal kurz, da ist noch einer. Oh ne, der wird gerade gefressen. Ne, ist gut. Alles gut, Mietze Katze. Gehen kannst du dir holen. Na dann gucken wir mal, ob wir den jetzt irgendwie stürzen können oder ob wir noch irgendwie ein Lied singen müssen. Weil wir haben ja nichts, wir haben... Ah, wir haben immer nur erst zwei Punkte, ey scheiße. Scheiße. Sonst hätten wir vielleicht wenigstens das mit den Bomben machen können, aber es bringt uns ja alles nichts gerade. Wir könnten doch irgendwo eine andere Nebenmission machen, aber naja, da muss ja nicht sein, oder? Sehr gut. Arme Irsch! Arme, Arme, Irsch! Jetzt ist ein Fürser da oben. Ja, Mari! Ah! 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 Oh fuck! Dann daneben! Warte, ich muss mich auch erstmal kurz heilen. Die sind verschissen aggressiv, die Leute. Ich weiß nicht warum die so sind. Ja, dann lass dich nicht zu feuern. Genau. Zerbeißt nicht ins Gesicht, den Vogel. Kleines Leckerli für dich. Sehr schön. Okay, da müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen sammeln hier. Was sind das? Das sind doch Sperre hier, warum kann ich die nicht aufnehmen? Ich hätte gern die Sperre hier aufgenommen. Okay, die Keulen möchte ich nicht haben. Die könnt ihr sehr gerne behalten. Huch, da ist noch so ein Dürer drin. Rediert hier mal noch einer. Uh! Kommst du da hoch? Mit der Katze. Guck mal auf du da hoch kommst. Lang so. Lang so. Ja. Mit der Katze hat den runter geschossen. Okay, mit der Katze. Wie geht's dir? Du geht's gut. Das ist super. So, hier haben wir die Höhle dann. Okay, warte hier nehmen wir gleich nochmal Fleisch mit. Und das geht? Ja, okay. Das geht auch noch. Das ist jetzt halt nicht so. So. Oh, na mal gucken, was uns jetzt hier drinnen erwartet. Suche in der Höhle nach Ull. Mit der Katze, du kommst mit. Hier geht's mal. Echt? Auf, seh wir mit den Säpteratum. Da hängt bloß einer gelangweilt rum, okay. Der könnte kaputt sein. Das sieht zumindest ein bisschen so aus. Tierhaut, dankeschön. Die brauchen auf jeden Fall. Da können wir uns auf jeden Fall schon mal drei Sperre wieder herstellen. Mach nur weiter, jag die ruhig alle. Ein soviel, wieviel wir schon von denen getötet haben. Ey, da dürften ja schon bald gar keiner mehr da sein, oder? Das ist ja Wahnsinn. Geht's dir gut? Ja, Geile, du geht's gut. Ja, noch, sag ich doch. Die haben sich ja auch nicht gewehrt, bitte. Haben ja auch Angst vor dir gehabt. Ich guck nachher nochmal nach dir. Vielleicht geht's ja nachher etwas besser. Ich krieg bestimmt gleich wieder eine von Helm gebraten irgendwo. Ich stehe da rum und gibt's wieder eine voll von Schädel geknallt. So wie schon, wie oft schon jetzt? Ich hab keine Ahnung. Wie oft das schon passiert ist. Checkpoint. Wecker! Hier. Viper! Chor! Wecker! Wecker! Ja, ja gut, den können wir ja nicht hier drüber rufen, wäre ja bisschen sinnlos. nein 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 Ich weiß nicht, was Urubihaya ist. Der Typ, der schwingt immer hoch und runter hier. Okay. Wie haben wir denn noch hier drin? Fünf? Na, packt, ist ungepanzert. Okay. Das hat sich schon mal erledigt. Der geht aber gerade weg. Das ist schon mal gut. Na, den holst du dir? Hier muss auch noch irgendwo einer gewesen sein. Was? 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 Sehr gut. Hast du das gemacht? Sehr schön. Komm, komm, komm. Wie sind's denn denn? Na, Alter, bleib doch mal stehen. Ja, ist doch cool. Oh. Hast du immer hier eine halbe Stunde wegrennen? Willst du dir was zu fressen kämen und die rennen einfach weg? Wenn du dann jungen geblieben hast oder trelle Leiter nicht nirgeln? Ach, du hast immer noch Hunger. Na klar, komm, komm, du kriegst noch was. Du kriegst noch was, meine Gude. erkst noch was. Komm. Noch 1 kleine Streicheinheit, meine Mietstatze. Sehr schön, ja, oder? G cringe. Ah, guck, jetzt bist du doch wieder fit. Jetzt geht's hier wieder gut. Jetzt kannst du ja wieder rumtrempeln. Boah. Oh, so'n Scheiß. Das haben wir von 2 gepanzelt. Katze, Mann! Mann, das ist doch wirklich gerade die Frage, ne? Okay, dann haben wir da noch einen. Man fragt sich manchmal, wer hier ein Sieb, gell? Ich hab' keine Ahnung, wer mich dort hinten sieht, ne? Ich hab' echt keine Ahnung. Nee, nee. Nee, nee. Ich weiß nicht, wie man das heißen soll. Aber Mietse Katze wird's verstehen. Wer steht denn dort, sag' mal? Wow, wow. Hier gepanzert, wow. Oh mein Gott. War ja auch verkackt. Bei Ernst, da ist ein guter Gepanzer hier. Da ist noch viel mehr drin. Also ich seh' gerade 6. Oh, einen hat sie, einen hat sie, einen hat sie. Das ist gut, das ist gut. Aber kein gepanzert, ne? Schade. Ich seh' noch 5. Oh, fuck. Hier oben war auch gerade ein. Kommst du da hoch, Mietse Katze? Kommst du da hoch? Du kannst sie nicht erreichen, ja? Ist mir schon, schon fast klar gewesen, dass du das nicht, dass du nicht hochkommst. Okay, naja. Aber wir sind, das sind doch immer noch so viele. Oh mein Gott. Das gibt's ja gar nicht, ey. Hier sind immer noch 5 oder 6 Leute drin. Wäre da ja schon 15 oder so kalt gemacht. Das gibt's ja gar nicht. Dann geht's halt bloß drum. Um die Trompeten schlümpfe. Oh mein Gott, das ist schon mal gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Ich will doch den Typen hier Ich will doch Suchen, ja Ich weiß halt eben nicht, was wir gegen den brauchen Wie viel Wie viel der Ich mein, wenn das so ist So wie bei der Batari oder wie sie hieß Wenn wir da genauso Katze, hä Wenn wir da genauso viel brauchen Wie bei der Batari Dann wird es eng, sag ich mal Dann wird es wirklich eng So, da wird er oben sein Der ist der, na dann looten wir hier noch die paar Okay, wir hätten fünf und können, wir bräuchten noch einmal Tierhaut, dann hätten wir wenigstens zehn Das wäre halt schön, genau Aber egal Egal, wir gehen jetzt einfach mal hier rein Mal sehen, vielleicht müssen wir gar nicht großartig gegen den kämpfen Was, wir sind ja immer noch gar nicht am Ziel Oh ja, ich weiß nicht Was, wir sind ja noch gar nicht mehr Oh ja nicht Oh jäu candy Ei אפ halsch okay ja fett schade robot blatt schade ist das was man nicht brauchen kriegen wir wieder das ist immer so cool okay da ist jetzt hier irgendwo hier drin er ist jetzt hier irgendwo drin und ich hoffe hier kommen nicht wieder hunderte leute die herunterhängten eiszapfen wohl zu verletzten bedeuten oh man Die, die... Ich muss halt erstmal die Penner wegkriegen. Ich muss halt wirklich erstmal die ganzen Penner hier wegkriegen. Alter, du hast so einen Arsch öffnen. Alter. Jaudat. Dass du schützt. Das istố. Oh, das gibt's ein Schaim. Oh, das gibt's ein Schaim. Was ist, ich hab kein Fleisch mehr? Oh, leck mich. Ich hab kein Fleisch mehr. Okay. Ähm, warte. Der ist auch tot. Okay, dann müssen wir den jetzt einfach mal holen. Einmal Fleisch, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die können wir nochmal wiederbeleben. Oh. Ich würde ja immer gerne wissen... Wo ist der? Der läuft aber auch nicht unter die Eiszapfen da dritte. Das seh ich genauso. Ich hab dir zwar nicht zugehört, aber... Das ist genauso mein Freund. Warte, mit sogar zu kommen. Ich renne aber auch immer wieder gleich raus, gell, eh? Natürlich. Du bist da was hier? Bist du was hier? Ja, das ist ein Wettbewerb, aber das ist ein Wettbewerb. Mietze Katze Ja, gleich hammern Muss ich sagen Der ist gar nicht so schwer Ich meine, der hält's wohl viel aus Aber der ist gar nicht so schwer Wie, wie die, wie die, wie die Tante da Muss ich euch sagen Ah, da gab's einen Headshot Und das war's Und das war's Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Null mare. Ú n' ti la mia… guaifeh! Oh, das war garthi, Pimari. Wendjalkalm-Mansi, Wai-Fa. Oh, schlaka. Oh, schlager! Oh, schlau, Laguasch! Oh, schlau! Ertruutful! Ui! Kur! Kur! Mi yisi, Schauss, Barth! Sane, Schauss. Honno, Ashwa, Barth! Schauss, Mann-Mann... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wenjai, palhu manse daftataka. No, Udan Linja Dwaya. Uchlawata. Tanhi tushish. Ay khuspa marwawinja. Ok. Ok. Dann, wir haben noch da eine Mission. Ich weiß nicht, was das noch wird. Da würde ich aber sagen, ich weiß nicht. Ich mache das als separate Folge. Wenn das aber wirklich nur so zwei, drei Minuten sind und dann der Abspann kommt, hänge ich das an diese Folge mit dran. Und falls nicht, haben wir halt dann noch eine Folge dann. Dann, wie gesagt, ich danke euch schon mal so fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und genau, wir sehen uns dann nächste Folge. Okay. Genau. Und dann, haut rein. Und dann, haut rein. Dann, auf dem. Und dann, haut rein. Und dann, haut rein. Vielen Dank.